In der Serie Helden des Alltags stellt meinbezirk.at alltägliche Berufsgruppen vor. Heute treffen wir uns gleich da hinter mir am Grazer Jacominiplatz mit einer Kehrmaschinenfahrerin der Grazer Stadtreinigung. Ich mache die Kehrmaschinenfahren und auch die Mistkübel ausleihen, also Straßenkehrer heißt das auch. Ja, das machen wir. Wir machen gerade sauber, so gut wie es geht. Wie viel Arbeit ist das, eine Stadt sauber zu halten? Sehr viel Arbeit, weil der Müll wird nicht weniger, der wird immer mehr. Und es ist mehr Leid, mehr Müll und man hat gerade ausgelaut und es ist schon wieder voll. Wie geht denn das? Jeder Mistkübel wird theoretisch zweimal täglich ausgewertet, stimmt das? Ja, also zweimal in der Früh, zweimal Nachmittag und zweimal in der Nacht und trotzdem sind sie voll. Ab und zu kommt man sofort, die Leute warten direkt irgendwo in der Ecke und schauen uns zu und dann hauen sie den ganzen Müll ein. Und dann heißt es ja wieder, wart ihr nicht dort und ich hab da was vergessen und dann haben gesagt, wir waren zweimal dort und wie oft soll ich bitte noch lernen? Du musst voll aufpassen auf die Radlfahrer und Fußgänger, dass da ja keiner reinhüpft und so. Und BIM natürlich auch, ich schaue immer, dass ich kein BIM und kein Bus behindere, weil die haben ja einen strengen Fahrplan und ja, ist ab und zu ein bisschen schwierig. Fasching oder Fußball, wenn es einen Marsch gibt, da schauen wir auch, dass wir als Team gehen wir dann auch runter und weil Kärmaschinen, da musst du immer aufpassen, ich kann nicht alles aufsaugen und die größeren Sachen werden aussortiert, die werden halt aufgeglaubt und mit der Kärmaschine wird dann drüber gefahren. Würdest du dich jetzt selber als Alltagsheldin bezeichnen? Nein, ich bin einfach ein Mensch und ja, keine Ahnung. Ja? 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 Untertitelung des ZDF, 2020